alter schwede danke drache 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 mach den kristall da mal weg irgendwie sind die total komisch auf die jungs da töten töten mach das bitte weg ähm hämchen konnte temporär fliegen bis ihm eingefallen ist dass er nicht fliegen konnte licht da da unten ist bestimmt wieder lava richtig so töten ja mehr drachen nicht die lava nicht die lava du wähle zwerg kontroll übernehmen nicht nein das ist nicht gut du total genau aus da und nicht wieder in das portal reingehen so tötet die drachen tötet die einfach nur los schnitzel schnitzel wir haben kein loot sehe ich das richtig na komm komm runter ich stelle gleich skaffer links auf ja jetzt kommst du nicht mehr weg wir haben den eingang zugemacht zack tot nö null loot kein drachen leder keine drachenschuppen schade 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 na gut ich mach mal hier einen zauber da werden schon mal edelsteine zack hier das hört sich nach grillen an half definitiv grillen das dürfte ein zwerg eigentlich fast alleine schaffen also gut ausgerüsteter 3 Minuten 50 bis zur nächsten Welle Wie schaut es dann mit Mitrile aus? Haben wir Dafür hätte ich gerne noch mehr für noch mehr Rüstungen Oh, nebenbei können wir auch ruhig mal die Portalteile schon mal anfangen Die müssten ja hier auch irgendwo mit Auftauchen Da, Teil 1 des Portals Stein, Stahl Gold, grüner Diamant Schwarzer Diamant, grüner Diamant, der nicht grün ist Das und das und Ein Stahl noch So, immer wieder ein bisschen Ihr kommt da gar nicht raus Doch, da hast du einen Weg und da sind Portale Komm schon, geht Die Zwergkontroll übernehmen Genau, so Wollen sie nicht Na gut, der hat nicht Trotzdem wäre es schön, wenn ihr hier jetzt runtergehen würdet Ich glaube, die sind wieder verbuggt Das hatten wir vor ein paar Folgen schon mal Dass die einfach nicht mehr wirklich viel machen Aber hier oben sind die aktiv Na ja Das da bitte weg Das hier weg Bisschen töten Ah, da wachen sie auf, ne Naja, ich kenne doch meine Zwerge Aber das hier wäre gar nicht viel wichtiger Oh, Diamanten Und Mitril Mach doch mal lieber hier einen Knick rum Nicht da Das mit, das mit, das mit Und dann nicht hier alles leer So Wenn wir ein bisschen mehr Mana hätten Könnte ich einfach springen und einsammeln Aber wir haben nicht mehr Mana Haben da fast gar nichts So Weg, 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 weg So Wille kommt Von wo? Bestimmt hier gleich Genau Von unseren Zwergen 5, 4, 3, 2, 1, 0 Jo Ich kann ja hier sehen Irgendwie tauchen die immer Recht nahe, links oder rechts Von unserer Basis auf Gib ihm Hunter Ja, sehr schöne Zangenbewegungen Spawncamping Auf Zwergenart Sehr schön Alles was rauskommt Ja, okay Das ist jetzt ein bisschen zäher Das kriegen wir auch hin Oh, oh, oh Wieder zurückgetrieben Bisher ist aber noch keiner Schreien weggelaufen Von uns Ist gut Genau Schmeiß die Zombies raus Schmeiß die Nittis raus Oh, oh, oh Gehendrücken 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 Schau Du trinkst Ja, okay War ein guter Anfang Braucht noch ein wenig mehr Nahkampfskill und Yattakas Also die besten Schwerter Zweitbesten Schwerter So, 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 so Ja, genau Kriegsschreie sind viel zu laut 40, 40, 40 Gleich ist eh wieder Tag Was sagt Null Yattakans Einen können wir hier stellen Das ist doch mau Wir haben auch nicht wirklich Gold Um noch mehr davon zu kaufen Also ich denke mal Ich würde Silber kaufen Gold kriegen wir ja In der untersten Schicht Wenn wir da einfach irgendwas abbauen Wow, wo kommst du denn her? Riesige Eishaufen Nix da Du machst unsere Welt Nicht unflach Äh, so 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 Bitteschön Das ist alles weg Komplenz Weißt du, was wir machen Die jetzt tot So Ist mir egal Töten Jetzt laufen sie alle weg Super Busch Busch Komm schon an Verbrennt ihr Pelz In kleinen Dinger Trink 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 Töten Ja Töten Trink 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 Tränke sind alle Na gut, ein paar konnten wir töten Trink Die sind alle fast tot Komm schon Noch ein klein bisschen mehr Ne Umf Zwerge in Mitril, Helm, Mitril, Panzer und Yatagan Laufen vor haarigen kleinen Viechern weg Das ist nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Ihr seid hier hinten am Werk. Nö. Warum auch? Ihr könnt hier irgendwo... Was macht ihr gerade überhaupt? Ihr habt euch... Was? Kommst du denn hier hin? Achso, die wollten hier graben und sind nicht auf die gekommen, von oben zu kommen, sondern von unten? Obwohl hier keine Verbindung ist? Sehr komisch. Hier. Ja. Ach, ich... Ja, hier sind die alle. Hier ganz unten durchgelaufen. Nicht schön. Genau. Rein da und nach oben. Und schreien vor Jedis weglaufen. Bringt den um, bevor er respawnen macht hier. Wenn das geht. Also, Plan für demnächst. Hier unten mit Riel und Diamanten abbauen. Zwischendurch neue Portale... Also Portal-Teile bauen. Das Ding kommt immer mit. Dann die Heuschrecken hier. Und hier haben wir noch ganz viel Raum, wo wir noch erforschen können. Oh, stimmt. Und das muss eigentlich noch planiert werden. Also ja. Haben noch was zu tun. Ist da ein Helm auf dem Boden? Äh. Ein Zwerg ist gestorben. Das kann echt nicht sein. Wir brauchen mehr Mitriegel. So, die hat der Gans. Haben wir schon mal. Mitriegelben. Nein, 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 nein. Mitriegelben. So. So. Mitriegelben herstellen. Und wenn du so wenig Leben hast, Junge. Gehst du schlafen. Genau. Sollte der Rest von euch auch tun. Hier weiter runtergraben. Weiter runtergraben. Hier sind nämlich auch noch Heuschrecken. Oh. Oh, hier ist ein Loch. Ich dachte, das wäre zum Runtergraben. Okay. Döten. Das sind viele. Das waren viele. Ja, komm schon. Feldenhaft stellt er sich der Horde. Und flieht. Was machst du? Du fließt auch. Du bist gleich tot. Hier, hier. Lauf, lauf, lauf. Jungs. Was? Da ist ein Portal. Da ist ein Portal. Da ist ein... Und der nächste. Ja, bringt wenigstens ein, zwei um zwischendurch. Das ist gut. Nicht sterben wäre auch toll. Dann wieder ein Zwerg mehr. Was ist ein Chaos da? So, du bekommst gleich eine tolle Waffe. Du bekommst einen goldenen Helm. Das hat der alte wohl nicht verdient. So und so und so. Spitzhacke. War das Lord Hämchen, der gestorben ist? Ne. Jasper ist noch da. Das ist unser Lord Hämchen. Du... Kriegst noch mehr. Du darfst einfach niemals sterben. Hast du das verstanden? So. Heiltränke. Ja, das ist so eine Sache. Die wären echt angesagt. Genau. Weg damit, weg damit. Wir brauchen Diamanten. Und das Gold, das zwischendurch droppt. Und pfff. Klingt das ganz schön komisch. Das Portal hält nicht mehr gerne. Dann kommen die hier nicht mehr raus, oder? Ja. Halbtot. Na gut, Ausrüstung. Noch jemand einen Jatagan. Hier. Noch jemand einen Vitriahelm. Wir fangen von links an. Silberhelm ist besser als das. Hat irgendjemand noch eine... Lederrüstung? Ne, aber Leder-Schuh habe ich gerade gesehen. Das geht auch nicht. So. Also wir brauchen noch... Eins, zwei, drei, fünf... Drei Jatagan's. Oder halt... Ne Mitrilwaffe. Die aber 20 Goldmünzen kosten würde. Du wirst angegriffen. Wir sind wieder bei 10 Zwergen. Übel, übel. Also ja, ich sollte eigentlich alle einfach mal schlafen lassen. Aber ich finde es doof, dass wir das nicht selbstständig machen. Wow. Ähm. Die Welle war noch nicht vorbei, ha? Ja, Zwerg. Also neuer Zwerg. Nimm gleich mal ein Schwert in die Hand. Dimitri, die bekommt wer, man muss. Die bekommt er. So, also neuer Zwerg. Schwert hast du. Pickel, Pickel, Axt, Helm, Rüstung, Schuhe. Der Rest von euch geht schlafen. Geht schlafen. Schläft. Geht schlafen. 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 Rhythmus auf den Gang bekommt. Ja. Und wenn wir gleich neues Mana haben, gibt es jetzt mal die Portale. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Sehr gut. Und habe ich nicht gesagt, du sollst schlafen gehen? Genau. Kriegst du wieder Fallschaden? Geht man gar nicht. 32 Sekunden noch. Mana trinke. Das wäre auch noch so eine Sache. Also eventuell einen zweiten Hexenkessel bauen. Und dann Mana und Heildränke herstellen. Auf Vorrat. So viele wie ihm gehen. Wobei da Wasser wieder ein Problem werden könnte. So. Genug Mana. Sehr schön. Bitte ein Portal. Dahin. So. Jetzt restliches Methil abbauen. Und dann einfach hier so ein bisschen abbauen. Weil wir in der Schicht hier auch Gold bekommen. Und hier ist auch noch jemand. Sehr gut. Dann schalten wir uns. Vielen Dank.